Das Spiel ist Remastered Das ist doch schön Die letzte Folge begann mit einem Absturz Macht nichts, wir haben es tatsächlich geschafft durch stundenlange Kleinstarbeit uns jetzt zu diesem Punkt vorzuarbeiten Der wirklich glaube ich auch nur noch 5 Sekunden wirklich von dem Moment entfernt war, wo das letzte Mal das Spiel eingefroren ist Genau Wir sind hier jetzt mit Bernard und stehen vor dem Chrono John mit der angeschlossenen Toilette, wie ich gerade sehe Ja, bei Zeitreisen muss man auch seine Notdurft verrichten können, wenn man 100 Jahre in die Vergangenheit reist, es dauert dann 200 sogar in die Vergangenheit So, bringen doch die Zuschauer auf den neuesten Stand, was wir jetzt machen müssen Ja genau, also wir sind ja in die Zeit gereist zurück und ja, unsere beiden Mitstreiter sind jeweils 200 Jahre in die Zukunft und in die Vergangenheit geschickt worden, weil der Professor hatte natürlich zu wenig Groschen, um sich einen richtigen Diamanten zu holen, hat sich so ein Ja, Billigdiamanten wahrscheinlich in ein Euro-Shop angeschafft Ja, und jetzt müssen wir A, die Pläne suchen für eben die Superbatterie, weil in der Vergangenheit gibt es keinen Strom Wie soll der Genau Unser dicker Freund Hogi, der muss natürlich Superbatterie haben Für die Zeitmaschine und wir brauchen neun Diamanten für das Gerät Genau, also gucken wir uns doch erstmal um was wir hier so haben Mal die Zeitmaschine Vielleicht finden wir noch was Ja, das könnte sein It can't do anything without a new diamond Ja Schon klar Äh Macht das doch trotzdem Ich scheitere trotzdem Na gut Hm, na gut Vielleicht Ob wir noch irgendwas in der Toilette finden Ich will ja gar nicht suchen I'm surprised I ever got out of there live Ja Äh Ja Oh Okay Maybe I put them upstairs And that's got to be it Upstairs Achso Also er sucht jetzt oben Ja, okay Ich glaube das war gescriptet Da müssen wir uns Ja Ich glaube es auch It's empty Ah, okay Ich hätte jetzt mit Witzigerem gehofft Aber ja, gut Ja, ich glaube er hat nicht tief genug gesucht Das ist Das ist wahrscheinlich möglich Ach so Teufel Ist ein Hamster-Generator Ach so Da läuft dann ein Hamster Genau Er generiert keine Hamster Er wird von Hamster-Metriebe Das war eigentlich ganz nett Ja, eigentlich schon Und die bringen Mama, wo kommen die kleinen Hamster her Was ist immer Hamster-Generator So, und die Matschmaschine TN Äh Schauen wir uns auch mal an Warning Output from this device is highly toxic And may cause tyrannical delusions if ingested Ah, okay Das ist auch Das Zeug wahrscheinlich Wovon das Tentakel Sag mal Gibt es diese Maschine Eigentlich nur Um diese giftigen Abfälle Zu produzieren Oder macht die Eigentlich noch was anderes Ich glaub Die macht nur Matsch Ne, weil Das ist jetzt sogar Ein Trademark Also Das ist aber Sehr vorträglich Oh ja Achso Weil Tentakel schon Tentakel hat Genau To-do-Liste Ja Was denn Oh mein Gott Wahnsinn Nehmen wir doch mal Huch Quick We have to Flash them to Hoagie How did you get over there Yeah Not us My ingenious Super battery design Please The genius Are you really witzig You really flushed them Yes Down the toilet No Through time Using the highly Sophisticated Time Flux Hydraulic Vortex Chamber I've installed In each Chronogen You can flush Small inanimate Objects To each Other Through time Was noch Objekte Das dann sein Mögen Flush Small inanimate Objects To each Other Through time Ah Sie kapieren's Hello Dr. Fred Can you hear me Drat Did you hear something No Let's see if What's his name Catches on No Oh great I'm stuck in Colonial times Tentacles are Taking over the world And now the Toilet's backing up Hogey Come over here It's your old pal Dr. Fred Dr. Fred How'd you get in there I want you to Pick up those plans You see In the chronogen Hogey Bring them to Red Edison He's my Great 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 Grandfather He'll know What to do You need the plans To make a super Battery so you Can plug in Your chronogen Okay If you say So Bernard Good boy Does he have Any experience With electronics Well I once Saw him take 3000 volts Directly through His head Without batting An eye Didn't he Pass out Well he was Already passed Out when It happened Time for me To save the world I guess Okay I asked Oh yeah Ah okay Über das Interface Hier können wir Jetzt also auch Zu Bernard Wechseln Genau Aber Jetzt wird's Schon seinen Grund Haben warum Wir jetzt bei Hogey Sind Das denke Ich auch Ja wir könnten Mal schauen Vielleicht Kann man Ja da Diese Holz Toilette Irgendwie Noch Inspizieren Genau Brody Okay Ich dachte Man kann Stark Kann ich nicht öffnen This door appears to be locked Okay Wahrscheinlich wird es da auch so sein Aber man kann ja mal Hmm Na gut Ye oldie Outhouses So Genau Das ist der Stecker Und den brauchen wir dann I should plug that into the super battery Once I get one made It's attached to the chrono Ja okay Blablabla Ein was Kumquat Ein was Kumquat Warum Das sind so Früchte Die gibt's sogar bei uns Im Supermarkt Teilweise Schon mal gegessen? Ne Noch nie Nur verkauft Kumquat Ah Hm Ne aber Keine Ahnung Okay Dann kann man glaube ich Nichts mitmachen Es sei denn Moment Kann er jetzt schütteln I don't want Achso Okay Möchte gerade nicht Ja gut Ähm Wie Wie Hab ich gerade Ach da Okay Äh Ah Unterdessen Unterdessen Schwarz Soon all the power of the heavens Will be mine All mine If only we had Some nasty weather Hmm Okay Hinti hinti hint Okay Äh Da sind wir mit Okay Ich glaube der stand gerade auf der Wiese Hm Ah Das ist natürlich auch wieder die Menschen übrigens Ne Ja wir sind ja nur durch Zeit gereist Und nicht durch Raum Ja Ja Okay Bleiben wir mal bei dem alten hier Das ist Benjamin Franklin Der war Was Der Erfinder der Glühbirne Oh Oder so Ja Elektrizitäts Dings Entdecker Ja und Blitzableiter glaube ich hat der auch entwickelt Meine Ja und Äh Was macht er da wohl Also Hinti hinti hint Wahrscheinlich ja Irgendwas mit Strom Ben Franklin Soon to be known as the inventor of electricity Woohoo Uh Do you know Red Edison He's a scientist guy too Red Edison A scientist He's just an innkeeper Who pretends to be a scientist And he's not very good at doing either one I can't believe Washington and Jefferson Picked his inn of all places To write our constitution Woohoo Wolltest du nicht sagen Der Entdecker der Elektrizität Oh Siehste Ja Ich hab extra Entdecker eben gesagt Ja ja Das stimmt natürlich Was machst du denn da Auch eine gute Frage Meinst du Washington Wie Präsident Washington Ja ich kann Ich kann's auch nicht glauben Man sieht sich Ja wir sollten Irgendwas Vielleicht Was machst du denn da Weil wir wollen ja Strom As we speak I am attempting To lure power Out of the heavens To do my bidding When I succeed I truly shall be The most powerful man on earth Mhm Ja scheinbar läuft es dann doch Auf diese Frage hinaus Okay Uh Shouldn't you say The discoverer of electricity You think the ultimate power In the universe Is just under some rock Waiting to be discovered Huh Ist ein Größenwahnsinn Nicht Ich glaube das ein oder andere Tabu Wurde hier gebrochen oder So Addison als der Der große Held Ja Das stimmt Ja gut Sagen wir es eben mal Wichtig Okay Sehr schön Ja äh Entweder das mit dem Strom krams Oder halt direkt die Power Für die Zeitmaschine Jetzt ist es natürlich schon Mit der Tür ins Haus fallen Aber wir können es ja mal Ja man kann ja immer noch Use a little power myself For my time machine There will be power enough For all in time There aren't any time machines Yet anyway That's next summer's project Sehr schön Ja der Mann ist ja ganz gut Ja Wie wirst du anstellen Mit dem Strom krams Ja und Die Assistentstelle Hätte ich natürlich auch gerne Mit dem Jungen Wenn du so power enough Will you need a number two guy I'll have millions Groveling at my feet Begging to serve me Wirst du jemanden Der das Licht organisiert Brauchst du jemanden Für Soundchecks Außer wenn der das Schlagzeug Einpackt Das klingt Ziemlich nach Bühnentechnik Ja vielleicht könnte ich Beim Brauchern helfen Ja Will you need anyone To help with the kite Hmm Seeing as I'm not yet The most powerful man on earth I may need some help Later if I have to launch This thing again Hmm Okay Ist das ein Angebot? Ähm Ja ich denke wir merken uns Was dann mal Dass wir hier nun kommen Ja dann nochmal Den Strom kram Wie genau Willst du das Power luring Using one of my Newest inventions Hmm Okay Ich würde es nennen The Franco-Copter Ja Das ist ein Kite Ben They've been around For thousands of years Der vorgegen ist Von Ruffelcopter Genau Ja Den hat er aber Wahrscheinlich auch Erschwunden Der Heavy-Metaller kennt sich Ja ich kann sagen Oh were those guys Norwegian Naja I was speaking Figuratively What actually is happening Is that I'm waiting for lightning To strike my kite Ähm Und was dann And then what And then the electricity Charges the kite Then the electricity Travels down the string Ja Vielleicht bemerkt er sein Ding Und dann ist er aber It charges me of course And then what I glow with its almighty power And then what I use its power to make the world a better place And then what The world kneels before me Asking me to guide it with my mighty benevolence And then what I have all annoying pests like you locked up And then what Shot Oh I see Okay Ich glaube wir haben schon unseren folgendenamen gefunden Then what Ich glaube so Ähm Ja Weren't you missing a key or something The key to discovery is daring intellect my boy Daring intellect and rigorous science No I mean a real key key You mean the where the heck did I put my keys kind of key Yeah That's a manual device It needs no power Seriously man What are you thinking Hm Ist das nicht zu Sonny Schöne Gitter oder Naja Verlöger Blatt Schöne Ja Sonny for lightning Shhh I know that I'm just trying to keep my grant going Until we get a storm Hm Well I'm going to back away now Just in case Carry on Carry on Okay Äh Ich glaube mit diesem Gespräch beenden wir jetzt auch einfach mal diese Folge Ja würde ich auch sagen Also noch haben wir den Diamant nicht gefunden Und auch noch keine Batterie Immerhin haben wir die Pläne und wissen dass wir sie zu Red Edison bringen müssen Und der wird sich ja wohl schätzungsweise irgendwo in den Menschen da links befinden Eben auch wenn wir dafür tief ins Klo greifen mussten Aber Ja Das hat sich noch nicht als Griff ins Klo erwiesen Eben im Namen der Wissenschaft Das war perfektes Timing im Namen der Wissenschaft Ja Bis zum nächsten Mal Bis dann Ciao Ciao